unglaublich zahlung des rentenzuschlags für erwerbsgeminderte nach bewilligung einer altersrente eingestellt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja meine damen und herren was ist denn mit der rentenversicherung los immer mehr rentnerinnen und rentner wenden sich an uns an rentenbescheid24.de und sie klagen ich habe den rentenzuschlag den ich im juli und im august 2024 bis zur höhe von 7,5 prozent mit einem bescheid ausgezahlt bekommen habe den bekomme ich jetzt im september 2024 nicht mehr ausgezahlt ich habe jetzt nach der em-rente eine altersrente beantragt und ich wundere mich warum jetzt auf einmal das geld nicht mehr gezahlt wird und deshalb habe ich so also im kern auch die anfragen die zu uns kommen dann bei der rentenversicherung angerufen und die mitarbeiterinnen und mitarbeiter die am telefon waren die heben sozusagen quasi die hand hoch und sagen wir wissen nicht warum was los ist wir haben keine ahnung warum der warum der zuschlag nicht mehr gezahlt wird wir können ihnen da nicht helfen ja da müssen sie sich sozusagen da müssen wir sie sozusagen erstmal warten wir haben da gar keine erklärung dafür ja meine damen und herren und dann kommen die fragen natürlich auch an uns ob wir was wissen ob wir da helfen können ob wir irgendwelche empfehlungen haben und als allererstes kann ich nur sagen meine lieben mitarbeiterinnen und mitarbeiter und herrschaften von der rentenversicherung so geht es nicht ja also wenn die leute hilfe suchen sich an sie wenden und sie fragen warum der rentenzuschlag bis 7,5 prozent was ja viel geld für die meisten ist nicht mehr gezahlt wird dann können sie nicht einfach sagen wissen wir nicht sondern sie müssen dort bitte schön helfen also sie müssen sich zumindest die telefonnummer des betroffenen aufschreiben und dann bitte intern klären was eigentlich das problem ist dann folgendes meine damen und herren wie können sie sich helfen sie haben einen bescheid bekommen also einen bewilligungsbescheid für diesen rentenzuschlag bekommen und solange wie dieser bewilligungsbescheid nicht aufgehoben wurden ist durch die rentenversicherung haben sie einen anspruch auf die zahlung dieses rentenzuschlags meine damen und herren und den kann die rentenversicherung nicht einfach kraft ihrer wassersuppe so einstellen und sagen wir zahlen jetzt nicht mehr oder wir haben hier ein technisches problem oder was auch immer das vermuten wir dass das dahinter steckt sondern da muss es sozusagen mit der zahlung weitergehen da kann man nicht einfach sagen wir hören jetzt einfach mal auf also sie haben eine rechtsgrundlage die betroffenen das ist der bewilligungsbescheid und normalerweise ist es so wenn eine rentenzahlung nicht mehr gezahlt werden sollte dann muss die rentenversicherung eine anhörung durchführen und erst nach der erfolgten anhörung dann die diesen bewilligungsbescheid aufheben und nicht einfach die rentenzahlung einstellen und sagen nee wir wissen nicht warum also so geht es einfach nicht und deshalb können wir nur folgendes empfehlen sie liebe betroffene sie wenden sich bitte schriftlich an die rentenversicherung setzen denen bitte bis zu einem bestimmten ablauf tag wir empfehlen immer maximal drei wochen bitte das enddatum setzen eine frist eine zahlungsfrist indem sie die herrschaften von der rentenversicherung auffordern ihren rentenzuschlag wieder zu zahlen folgen die dem nicht wenden sie sich bitte nach ablauf der frist an eine örtliche verbraucherzentrale oder aber sie gehen zu einem entsprechenden sozialverein oder sie wenden sich an einen gerichtlich zugelassen rentenberater oder fachanwalt für sozialrecht und besprechen dort die näheren schritte oder die weiteren schritte zum schluss wenn gar nichts mehr hilft müssen sie dann auch letzten endes vor dem sozialgericht klagen weil so geht es schlicht und ergreifend nicht die rentenversicherung ist nicht befugt einfach irgendwelche zahlungen rentenzahlungen einzustellen denn dafür als rechtsgrundlage ein rechtmäßiger bescheid abteilt worden ist ja sie können meine hinweise und tipps die ich hier im video schon gegeben habe dann auch noch mal nachlesen in dem entsprechenden artikel dem wir zu diesem thema veröffentlicht haben ich werde den auch im video verlinken so dass sie dort auch die entsprechenden empfehlungen auch noch mal nachlesen können also den ärger den die betroffenen haben den kann ich wirklich sehr sehr gut verstehen es ist eigentlich im grunde genommen ein unding dass die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der rentenversicherung hier die hände hochheben und nichts tun näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater